Hey, meine Rahabauken, in der heutigen Episode werden wir uns bewegen und dabei random Items bekommen. Nur so dürfen wir uns ausrüsten und ich bin sehr gespannt, wer am Ende das Battle gewinnen wird gegen Osmelinski. Moin! Lida, nicht bewegen! Oh, sorry, Alter, jetzt hab ich schon gecheatet, Alter! Okay. Wann das schon wieder? Ey, Lida! Also, ich gebe dir den Befehl ein, sobald die World Border quasi aufs Minimalste geschrumpft ist, müssen wir fighten auf die Plätze fertig. Los! Los! Let's go! Okay, am Anfang landet alles im Inventar. Oha, Diabostplatte, Alter, geil! So, okay, lass mal gucken. Oh Gott, wir haben ja so viel Müll bekommen. Denke, es ist klug, jetzt das so zu machen. Warte mal, da war da was, oder? Okay, da ist auf jeden Fall Holz, das sollten wir definitiv, Holz kann man nur mal gebrauchen. So, das ist Mist, das ist Mist, hier Fleisch, hier nehmen wir aber besser Gebratenes, oder? Okay. Schmiedetisch, ich hab nen Schmiedetisch. Oh, scheiße. Jelina, das bringt dir nix, weil wir sind in der 1,14er, gibt es keine The Ride. Ach, scheiße. Ja, ich weiß, Leute. So, lasst ne positive Bewertung da, wenn euch die Folge gefällt, das wär sehr nice. Ich bin hier auf der Suche. Ne Elytra, können wir ne Elytra gebrauchen? Ich mein, warum nicht, oder? Weiter geht's. XP-Flaschen wär'n geil, Verzauberungstisch wär' wichtig. Natürlich Ausrüstung, Schwerter, Diablog wär' halt arschgeil. Essen, oh, hart, stimmt, die gibt's ja auch. Wirkungslos. Ach, das funktioniert nicht, oder? Ja, scheiße, ey. Okay, Essen, Essen ist auch sehr... Da haben wir viel. Das ist geil. Gut, das Gute ist, wenn du einmal was im Inventar hast, also zum Beispiel ein Strohballen, dann landet ja alles in deinem Inventar, weißt du? Ja. Also, weil dann steckt sich das ja. Das heißt, du solltest gebratene Sachen hier... Oh nein, den Amboss. Wo hab ich den Amboss jetzt hingeschm... Eisen. Gib mir das Eisen. Dankeschön. Oh, Lütra. Wo hab ich denn jetzt... Das Gold, nee, Gold, Brombe, Gold? Ja, Goldäpfel, oder? Ich nehm mal mit Gold, kann man auch gebrauchen. Äh, oh, warte, Karotten, nee, brauchen wir nicht. So. Oh, noch ne Dia-Brustplatte. Ja, komm, die nehmen mal zum Verzaubern. Spinnei-Diamant. Es gibt so viele sinnlose Items, ne? Ey, du machst voll die geilen Sachen schon. Ich hab hier ne Eisenbrustplatte. In der Auge. Und ich hab hier ein Eisenschwert, Alter. Ja, ich hab ne Dia-Axt. Das ist schon ne geile Waffe. Ja, hab ich auch. Hast du auch, okay. Mhm. So, wir laufen weiter. Bogen. Bogen, Bogen. Gibt's hier schon ne Armbrust? Ich glaub, ja. Das nehmen wir für... Könnten wir für... Oh, Nether. Also hier, Blaze-Rots sind übelst wichtig. Da kannst du ne Stärke-Posche machen. Wir wissen beide, wie beim letzten Battle das reingeknallt hat. Oh, ja. So. Steinschwert. Ne, da beide ich über die Dia-Axt. Machen wir da einen Kuchen. Dia-Erz. Jawohl. So, weiter geht's. Da, 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 da. Endlich. Diamant. Ich hab ein Diamant. Nice. Ich hab auch einen Schmiedetisch, aber kann ich nicht schmissen. Ey, ich hab ein Diamantschwert. Was nus? Ja gut, ich ja quasi auch. Ich hab ein Diamant-Erz und ein Diamant. Ich können Lager... Oh, ne. Da geht's. Gebratenes Fleisch. Das können wir auf jeden Fall mal... Oh, da hab ich... Hab ich ihn da gesehen. Hier. Nice. So. Ja, den können wir ja gar nicht abbauen. Das ist tatsächlich ein Problem. Mal gleich mal gucken, wie wir das machen. Ey, wir haben ja... Oh, den hätte ich fast übersehen. Wo ist er? Da. Sehr wichtig. So. Jetzt brauchen wir... Ist das ein... Das ist ein Eisenblock. Hab ich doch direkt gesehen. So. Oh, 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 oh. Auch sehr wichtig. La... Oh. Auch wichtig. Ich seh die wichtigsten Sachen hier. Konstruktionsblock. Wer braucht die Scheiße denn? Ich will... Ach, das war kein Lapis. Das war Farbstoff. Ach, scheiße. Sieht alles gleich aus, ey. Ich hab ein Totem. Der Unsterblichkeit. Jawohl. Ja, Mo. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich fühle mich eben ein bisschen geprankt, ja. Ich kriege andere Items. Ach, das wäre eigentlich auch eine lustige Idee gewesen. Aber nee, wir kriegen... Stimmt, ich kriege nur so Scheiß-Items. Ich hab gar keine Chance. Oh, lol. Und im Moment, du hast so Krasses bekommen. Nee, ich hab nur festgestellt, wenn mein Inventar voll ist, dann lass ich das ja hinter mir liegen. Ach, das hast du noch nicht gecheckt. Ich laufe die ganze Zeit so rum und gucke einfach nur, was hinfällt. Hä, ich schmeiß es immer raus. Tja. Ah. Tja. Das hat dich eine Menge Zeit gekostet, so. Oh, da ist ein Buch. Ich wusste gar nicht, dass sowas auch kommt. Ja, okay, boah. Ich dachte, das ist ein versaubertes Buch. So einen Scheiß brauchen wir nicht. Okay, weiter geht's. Goldschwert, Creeperhead, Fass, Enderdrachenkopf. Was ist sowas denn? Diablock. Ja, Mo. Nein, Diablock ist wichtig. Diablock kannst du sa... Oh, gut. Ich hab Eisenhelm zumindest. Okay, Diablässig fehlt mir noch ein bisschen was. Diablauf nicht in mein Gebiet hier. Ach, sorry, du bist hier. Warte, ich lege gleich den Rückwärtsgang ein, wenn ich meinen Diahelm aufgesetzt habe. Wo bist denn du? Ich laufe hier einfach random rum. Ach, da. Wenn man sprintet, kriegt man schnelle Items. Zweiter Totem. Jawohl. Ja. Sehr schön. Äh, Diamantspitzhacke. Das ist auch tatsächlich sehr geil. Teilweise kann ich folgendes machen. Boom, 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 boom. Ich hab jetzt mein ganzes Inventar voll mit nice Blöcken. So, wie viele Dias hab ich welche? Nee, Dias haben immer noch zwei. Karotten haben wir eine aufgesammelt. Das ist ganz gut. Wir stecken das meist. Zwei Braustände. Eisen. Nee, Eisen lassen wir mal so, damit wir den noch... Ah, ich hätte das Erd lassen sollen, damit ich das aufsammle. Egal, Leute, jetzt ist es zu spät. Haben wir noch Zeit? Ich seh die Border. Ich seh die Border noch nicht. Wir sollten noch mehr. Genug Zeit. Oh, was ist das hier für eine Potion? Ich glaub, die funktionieren nicht. Die sind wirkungslos. Okay, nice. Ah, da haben wir nämlich schon den Kandidaten hier. Schildkrötenhelm. Der ist aber nicht so geil, oder? Ah, ich mein, ja, kann man nehmen so gut wie Eisen. So, mir fehlt tatsächlich was. Lass mal gucken. Jürgen, wie das aussieht. Was fehlt mir jetzt noch? Mir fehlt noch ein Dia-Helm. Den kann ich auch nicht craften. Mir fehlt auf jeden Fall Verzauberungstisch und Lapis. Das sind so Sachen, die mir noch fehlen. Scheiße, ich glaub, ich hab einen Lapis-Block mal weggeschmissen. Weil ich mir dachte, so braucht man das. Das ist wie bescheuert. Das ist sau wichtig. Und? Oh, ey, ich fall hier die ganze Zeit rückwärts in Wasser rein, weil ich immer rückwärts fahre. Glas. Wir brauchen Sand und Glas ja auch noch. Das ist Sandstein da. Das hab ich auch ganz vergessen. Wir müssen irgendwie an Flaschen rankommen. Da haben wir... Ah, nee, ist eine Schalker-Box hier. In dem Moment ist eine Flasche gekommen. Gott. Ja, Mann. Lapis-Block ist da. Jetzt brauchen wir aber noch den Verzauberungstisch. Scheiße. Oder die Bestandteile davon. Aber das wird wahrscheinlich relativ schwierig zu bekommen sein. Irgendwie so vier Obsidian zu bekommen. Man kriegt ja immer nur einen Block. Das ist dann, glaub ich, doch eher unwahrscheinlich. Lol. Hast du den... Ein Dia-Block hat sich bei mir gestickt. Als ob. Ja, okay, das ist aber... Ja, aber das bringt mir ja nichts mehr. Wenn du Voll-Dia hast, hast du Voll-Dia. Ja, mir fehlt noch ein Helm. Hast du einen Totem? Nee. Aha. Totem ist schon... Ist schon... Lap... Oh. Egal. Lapis haben wir eben Block. Hab ich nie gelandet, ey. Oh, da ist die Border. Aha. Aha, aha. Dia-Helm. Da haben wir ihn. Den ganz, ganz wichtigen. Alles weg damit hier. Gib mir den Dia-Helm. Wir könnten... Also... Das kann ich mir... Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Äh... Da. Eigentlich könnten wir... Da war ein Obsidian. Glasflasche. Hä? Hab ich die gerade weggeschmissen? Hab ich meine andere weggeschmissen? Ich vollidiot. Obsidian? Ja, nee. Ich versuch das nicht selbst zu craften, Leute. Das dauert 100 Jahre. So. Lass mal hier die Border gucken. Die wird schnell kleiner. Sehr schnell. Okay. Aber... Oh. Den kann ich aber gar nicht platzieren, oder? Oder kann ich den platzieren? Commandblock? Haha. Nee, nee. Was anderes. Ich will es an sich verraten. Wir testen das später. Äh... Eine Milch. Nee. Lass mal kurz... Lass mal ganz kurz überlegen, was wir noch brauchen. Wir haben Full Dia. Perfekt. Ein Schild. Tatsächlich. Ein Schild würde ich noch nehmen. Außerdem würde ich noch... Wieso hab ich eigentlich Eisen? Äh... Die brauche ich. Ich hab so Eisenblöcke. Außerdem würde ich... Na, das deckt sich. Tote müssen wir aufpassen. Toten würde ich auf jeden Fall nehmen. Verzauberungstisch. Eigentlich brauche ich for real nur noch einen Verzauberungstisch. Dann bin ich... Dann bin ich good to go. Dann können wir auch hier... Nein, ich hab meine Netherwater weggeschmissen. Wieso schmeiß ich alles Wichtige weg? Ist schon die Spannung da. Wenn ich es in der letzten Sekunde... Kurze Regel. Wenn ich es in der letzten Sekunde kriege, darf ich es dann benutzen noch? Nö. Hey! Hey! Was für eine Frage, Alter. Doch, ich darf es doch noch benutzen. Das ist mein Server. Warum fragst du dann nach der Regel? Oh, ich dachte mir, vielleicht sagst du es ja auch. Dann hätte ich es nicht bestimmen müssen. Moin, Elina. Ich versuche hier gerade diese... Das ist doch dumm, diese scheiß Gliedermaus hier zu jagen. Es gibt ja so viele Spawneier, Alter. No joking. Ist aber gleich Ende, ne? Ich sag was. Ein Gas. Mann, dass ich diese Warzen weggeschmissen hab. Das ist halt so... Oh Gott, Elina. Wieso spawnt so ein Gas? Ich brauch die XP! Ja, aber doch nicht ein Gas. Du kannst auch Redstone abbauen, ne? Nimm mal so einen Zipp am Rande noch. Ja, das ist doch hier... Das ist doch nix. Diamant... Den nehmen wir noch. Jawohl. Pfeile hab ich jüngst auch nicht einmal bekommen gefühlt, ey. Mann, hier ist alles voll mit Items. Aber meistens mal, ich krieg... Mein Papa holst du dich weg. Aber nur die Nummer eins. Weg, Elina. Bin auf der Suche. Mann, ey. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, kannst du jetzt mal diesen nervigen Heimer töten? Boom. Ich glaube, dass er das überlebt hat. Scheiße, das ist mein Dreizeck weg. Egal. Ich hab den eh nicht benutzt, egal. Ey, Leute, da hatte ich die Warzen die ganze Zeit da... Ich hatte die die ganze Zeit im Inventar, Elina. Scheiße, Alter. Wollen wir OP-Goldäpfel benutzen? Ja, ich hab drei Stück davon, aber du hast... Ich hab auch drei, ja, dann negiert sich das. Ja, aber du hast fünf Tot... Äh, Totems der Unsterblichkeit. Warte. Ja, aber die machen dich übelst lang unsterblich. Ja. Ich würd' sagen, ich lösche meine drei, du lösche deine drei. Dann tun wir die hier direkt bereit, schön darunter, damit ich die schön schnell hochsliden kann. Ich hab sogar fünf XP-Bottles, ne? Ich hätte alles gehabt zum Brauen und zum Verzaubern, ey. Kacke, Mann. So. Den nehmen wir auf jeden Fall. Den nehmen wir. Dann nehmen wir das zum Essen, das zum Essen, das zum Essen. Wir haben drei Leben. Das testen wir mal, da bin ich mir nicht sicher. Bist du bereit, Elina? Yeah. Auf die Plätze. Fertig. Los! Nein, du hast einen Bogen. Wie nervig ist das denn? Ja, geht nicht, dachte ich mir. Scheiße. Fertig mal, ich hätt' mir so eine Eile-Potion gemacht. Du hast nur dein Schwert verzaubert. Ja. Oh. 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 Richtig, 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 richtig. 1-0, 1-0. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Ja, ja, ja. Geht direkt weiter. Solltest du vielleicht mal dein Schild benutzen? Ah, nein, das war nicht Teil des Plans. Hilf mich, alle. Hilf mich. Ich hab auch nur noch ein Herz, ne? Nein, ich verbrenne. Oh, mein Tote. Ja, boah. Hey. Hä, was gibst du mir Fits? Was gibst du mir Fits? Hä? Lina, das wird ein 2-0. Ne. Safer, dass ein 2-0 hier ist, weiß ich jetzt schon. Warum? Ja. Warum? 3-0, Ilina. Weißt du, was das ist? BÄCHTig. Jo. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt den Like-Button und dann sehen wir uns morgen. Euer Benson. Ciao. 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 Ciao.